ja und damit herzlich willkommen zurück zu live in der butz hier bei xpwp wir waren immer noch auf unserer erkundungstour in der letzten runde und wir sind gestorben ich hoffe dass dieser bug der sich da gerade ein bisschen offenbart unser rucksack ist das sieht gut aus ich hoffe wir kriegen alles wieder wir kriegen besuch kann ich nicht alles nehmen wir sind nicht im peaceful noch schneller explorer was haben wir jetzt hier drin was wir nicht wollen so ok zwei mark ist uncool das war nein ja wir haben ja also wir sind hier gestorben dass das hat irgendwas mit miss kräft zu tun das ganze land die ärzte die da waren und ich würde auch glatt mal haben unseren atlas noch ja gott sei dank könnte man das hier nennen obwohl tom kraft erz kann man das umbenennen tom kraft erz delete marker machen wir einen neuen oder mist kräft war es ich weiß nicht mal lassen wir som kräft land also das ganze gebiet alles was man da ja wir sind nicht im peaceful ja ich weiß ich will jetzt nur nach hause wir sind gar nicht so weit weg von zu hause gewesen übrigens ja alter was ist hier los was ist hier los scheiß klette wir laufen was ist das für unser atlas der ist überfordert gerade weil wir laufen was wir müssen mit denen rum prügel und wieder xp nachfahren werden wir jetzt wieder leider ein paar level verloren wir müssen aber nach hause ich habe nichts zu essen aber wir sind schon wieder hungrig die richtung die richtung die richtung in diese richtung die richtung die richtung die richtung die richtung die richtung Wo ist er? Okay. Passt zu Hause. Richtig? Starving. Nein, ich will nicht schon wieder sterben. Irgendwo hier wohnen wir. Also ich. Du ja nicht. Du wohnst da draußen. In der weiten Welt irgendwo. Oh, nicht runterfallen. Was? Nein! Dreckssack. Die sollten wir uns markieren. Äh. 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 Die sieht interessant aus. Wo sind wir? Fast zu Hause. Äh. Edmarker. Große Höhle. Große Höhle. Weil wir müssen sowieso nochmal runter. Wir müssen auch nur Diamanten. So. Wo wohnen wir jetzt? In dieser Richtung. Mit Gas. Wo du jetzt gleich wieder stirbst. Mal schön auf den Boden gucken. ein Loch. Und dann war es das. Spinnen. Äh. Können wir jetzt bald mal zuhause sein? Ich will nicht mehr. 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 Nein, das ist doof. Geben wir uns da erstmal schnell ein paar Kartoffeln holen. Wo wir wieder Elendisch verwecken uns. Alter. Wir werden erwartet. Gehen wir hier rüber. Ja, ist gut. Ich weiß, dass du Hunger hast. Ich weiß es doch. Hm? Der hat doch hier auf der... Ach, das ist die Armor. Okay. Okay. Die werden auch heimgesucht hier. Ja, je mehr Hunger, desto weniger können wir uns bewegen. Können wir irgendwas wegschmeißen? Na super. Nein, 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 nein. Sterben, ja, aber... Ja. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja. Ja. Schön einen Klatz vom Po gegeben. Es wird hell. Gott sei Dank. Sollten jetzt langsam alle verbrennen. Tun sie nicht. Ah, wir müssen das Blumenbeet irgendwie reparieren hier. Scheiße, ey. Haben alles kaputt gemacht. Hey! Alles kaputt gemacht. Oh! Und so weg? Schweine Rüstung können wir uns neu basteln Okay Was kann weg Und was kann auch weg Schau mal, kein Platz mehr Wenigen Kartoffeln Wegen der Rüstung, okay Komm, dann zieh sie an Sonst noch was an Rüstung Ich seh es grad nicht Nein, nein, nein Aber wir haben jetzt die Kartoffeln, deswegen Und er hat keinen Hunger Ja Lass mal Luki, Luki machen Brauchen wir alles noch Brauchen wir noch Brauchen wir noch Strings brauchen wir Schwert brauchen wir Salz Salpeter Ich will hier nichts wegschmeißen Schmeiß mal die Kartoffeln eher weg Ja, müssen wir denen das hier bei Gelegenheit wieder reparieren Gute Kartoffelbeet Mensch Menno Alter Boon, boon, boon Ich kann nichts aufnehmen Wirds nichts Obwohl Obwohl Äh Ne 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 Sind die nicht hier auch noch eine Kiste? Der ist die Knochenaufbauung Ja Ab nach Hause Also auf die To-Do-Liste Den Kollegen ja das reparieren Lecku mio Ich will nach Hause Wir könnten uns mal ein Pferd sehen für die nächste Reise dann Ach, geschafft Mit Ach und Krach Ja, das machen wir dann Wir bringen jetzt erstmal unseren Stuffen aus Da müssen wir auch noch ein bisschen ausarbeiten So Hast du gerade dasselbe gehört wie ich? Gut Aber da wir jetzt zu Hause sind Machen wir wieder den Pussy-Modus an Jups Und räumen wir unseren Stuff ein Haben wir irgendwas an Lebensmittel Ich will jetzt Salz, ne? Salz kam aber glaube ich hier hin Salz So Müssen wir jetzt leider alles manuell einräumen Und Knochen hier rein Salpeter Haben wir glaube ich in der Form noch gar nicht gefunden Hier rein Das ist Hier rein Spidereis Sehe ich gerade Hammer Das können wir noch einräumen Warte So Können wir direkt ein bisschen Bone Meal String Bone Gunpowder Amber Blaue Wolle So Bone Meal Bone Meal Bone Meal Empty 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 Fossil Was bist du? Empty Empty Quarz verdecken Boat Meal String Gunpowder Empty 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 Haben wir keinen Empty gefunden? Also ich habe es aus Versehen als Kartoffel eingeräumt. Kann natürlich auch sein. Äh, was haben wir sonst noch? Gold. Airshard. Orangene Wolle. Goldbarren. Keine Goldbarren. Goldnugget Goldbarren. Was ist das? Clay. Okay. Das abbauen wir. Äh. So. Gut. Was für eine Reise, Mann. Ich habe mir das gechillter vorgestellt. So. Die kommen erst mal hier rein. Kisten können wir auch hier rein tun. Nein, egal. Bett behalten wir. Atlas behalten wir. Fleisch kommt unten. Wir sind da unten. Äh, oben. Küche ist oben. Explorer. Oben ist die Küche. Okay. Rotten Flash. Haben wir da keins? Doch. So. So. Okay. Wir gucken mal eben unten nach, äh, Sojabohnen und, äh, nach Baumwolle. Weil das mit der Esserei ist mir jetzt, äh, echt um Senkel gegangen, dass er da alle footlang da so eine Ofenkartoffel essen muss. Da müssen wir schon gucken, ob wir was Vernünftiges haben. Für die nächste Reise. Gerade wenn wir dann unten in der Höhle sind. Äh, äh, äh. Nicht der Birne. Okay. Eine Baumwolle. Ah, boah. Du bist drauf, fertig schon. Ja. Okay, dann machen wir hier noch ein Feld hin. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Okay, da werden wir dann den Fahnen ganz schnell anbauen. Das sind die Kartoschkis. Die sagen, alles gut, Explorer. Dann haben wir das auch schon mal. So. So. Kiste auf. Rinder, 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 Rinder. sehr schön okay wir können wir können falsche etage wir können mal eben noch den atlas weg verstauen und dann müssen wir uns auch eine kopie von machen immer nutzer also müssen noch einen zweiten atlas und dann die kopieren und damit wir eine reserve mal da haben was hältst du davon ist so eine gute idee so axt schwert schippe das machen wir hier hin die schere brauchen wir jetzt nicht unbedingt die kohle kann noch dahin die planks wasser brauchen wir für das feld und und die arme vom pferd findet man wohl auch recht selten so wie du hier meine kiste siehst hätten wir dann auch okay was brauchen wir denn zum behaken da unten was ist das das ist das gut dann würde ich sagen machen wir hier einen cut und dann werden wir morgen bei helllichten tage dann schnell das feld machen für die für den fahren ich hoffe es hat dir gefallen und ich wünsche dir auf jeden fall noch einen schönen tag schöner abend je nachdem wann du die folge siehst und sage tschüss bis demnächst bei bei und tschau tschau